Hallo und herzlich willkommen bei einem kurzen Infovideo. Ja, ich habe es in dem Video, was ich vorhin freigeben habe, schon gesagt. Unter Umständen kommen die nächsten Streams nicht mehr auf YouTube, sondern auf Twitch. Ja, ich habe hier hingeschrieben, wo ihr mich findet. Ich werde es auch unten in der Beschreibung verlinken. Ja, und dann viel Spaß. Vielleicht erkennt ihr schon die Hintergrundgeräusche. Dann wisst ihr zumindest den Teil, den Koja und ich gemeinsam streamen, was es da geben wird. Ja, und ich würde sagen, bis dann auf Twitch oder so. Oder ja, Pleiten, Pech und Pannen vorprogrammiert. Ich sage Tschüss, Ciao und Baba.